Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Ja, ähm, genau. Nehmen wir das einfach mal, was wir so finden. Die reichen noch lange nicht. Wie die reichen? Was? Die reichen noch lange nicht. Was? Zu schnell, um sie mit den Händen zu fangen. Dann nimm doch den Harz an den Stock oder den da rein und dann kleben die da oder hier mit dem Eimer schnell drüber. Dann hast du bestimmt auch schon mal was gefangen. Gut, dann in dem Nebel erkenne ich kaum etwas. Was soll ich denn da machen? Das sind Steinkugeln und die beiden Völker haben nicht nur ihre Freundschaft begraben, sondern auch gleich die symbolträchtigen Podeste zerstört. Mhm. Okay. Ja, gut. Hier ist wieder so ein Bonus-Dingsbums. Was ist hier? An der Laterne. Leider fehlt die Kerze. Habe ich auch nicht. Sonst noch was hier? Ein Schaufelgriff. Dann brauche ich ja nur noch den Schaufel hier. Gehen wir mal zum Mond. Silben. Ich weiß auch nicht, was da jetzt stand. Entweder ich bin echt langsamer geworden oder es ist diesmal von den Dialogen alles ein bisschen schneller gehalten als sonst. Das Monster hat sich durch dieses Loch verdrückt. Ich könnte mich in sein Versteck schleichen. Ja, das könntest du, liebe Sophia. Das Monster hat sich durch dieses Loch verdrückt. Ja, haben wir schon. Ne? Ja, dann gehen wir ihm hinterher. Hm. Hm. Es hat mich gesehen, als hätte es schlimmer... Ja, shit. Jetzt habe ich gerade einen Screenshot gemacht und habe die Schrift wieder nicht gelesen. Egal. Ihr habt es ja wahrscheinlich gelesen. Äh, dann können wir noch da hin. Der Weg führt nur über das Wasser. Vielleicht kann ich ja das Boot reparieren. Er sieht aus, als ob er es auf die Kette abgesehen hat. Und was ist mit der? Kann ich hier die, äh, runterholen? Schaufelgriff, Holzbrettern, irgendwie? Nee. Kann ich hier rein, da kann ich rein. Okay. Gut, was ist das? Da ist eine Kerze, die wir brauchen für die Laterne. Nicht genug Wasser. Ich kann doch bestimmt noch mehr Wasser holen. Der Heizkessel muss befeuert werden. Hier, Holz. Nee? Die Stücke sind zu groß. Ach so. Gibt ja auch immer ein Problem. Hier, der Durchgang ist versperrt. Sieht aus, als ob er zum versteckten Monsters führt. Hier haben wir ein Lappen. Kristalle haben viele interessante Eigenschaften. Einige streiten Energie aus. Hm. Kannst du den mit dem Schaufelgriff? Nö. Kaputt machen wollen wir den gerade nicht. Hier haben wir noch was gefunden. Schieber. Der Knopf fehlt. Was ist hiermit? Gehört das zu beides? Ach so. Äh. Ja. Kannst du den da einfach raufhauen? Oder? Knopf. Der Knopf. Es ist ja kein Knopf, aber mit dem anderen kann ich gerade auch nichts machen. Hm. Hm. Ja, sonst... Ach, das ist wie so ein Boni. Sonst mache ich das erstmal... Nee, mache ich noch nicht. Hier ist auch noch was. Hier fehlen einige Teile. Steinkugeln vielleicht? Der Schieber hier hin? Nee, das glaube ich auch nicht. Dann gehen wir erstmal zurück. Hm. Das Boot reparieren. Ja, das hier, ne? Das hatten wir auch noch nicht angeguckt. Sie. Muss das Wasser aus dem Boot kriegen? Mit einem Eimer vielleicht? Jo. Ah, gut, dass sie das jetzt mehrmals selber macht. Nicht ich jetzt immer. Finde ich gut. Und hier haben wir dann auch mehr Wasser direkt. Das können wir dann da vorne hinbringen. Da hat sie klug mitgedacht und gleich ein bisschen Wasser im Eimer gelassen. So. Die Stücke waren ja aber immer noch zu groß. Diesmal denke ich auch an den Drachen, dass der Feuer machen kann. Ja, wie kriege ich die denn kleiner? Ich weiß es nicht. Da gehe ich erstmal zurück zur Laterne. Mach das, was ich machen kann. Pack die Kerze da rein. Und mach Feuer. So, wunderbar. Jetzt kann ich die Laterne mit mir mitnehmen. Finde ich gut. Kann ich damit die Dinger? Nein. Kann ich mit dem Sieb hier? Mit dem Lappen. Wie kann ich denn die Viecher irgendwie kriegen? Weiß ich nicht. Konnte ich den Stock mitnehmen? Nee. Die reichen noch lange nicht. Das kapier ich nicht. Kapier ich nicht. Die reichen noch lange nicht. Was reicht nicht? Ach so. Ach so. Nee. Wo sind denn noch mehr Stöcke? Ach, da ist noch einer. Ach so. Oh, Feuerholz. Okay. Die Bretter waren es also nicht, mit denen ich Feuer machen kann, sondern die Stöcke. Ach so. Die reichen noch lange nicht. Bitte klare Anweisungen. Ich bin zu doof für sowas. Der Heizkessel muss befeuert werden. Ja. Bitte. Drachen leg los. Der ist ja auch total cool hier, der Drache. Muss man ja mal sagen. So ein Drache ist immer gut. Vor allem im letzten Teil, wo er dann alles mögliche konnte. Steine machen und Wasser machen und was nicht alles. So, was... Was jetzt? Hat sich jetzt hier irgendwie... Das dampft jetzt hier aus allen Poren, aber... Sonst irgendwie auch nicht mehr passiert, ne? Hm. So, das dampft jetzt. Habe ich den Knopf irgendwie hier nicht gefunden oder so? Es kann ja auch sein, dass ich wieder zu blind bin oder so. Und der Knopf hier irgendwo rumschwirrt. Ah, das hatten wir auch noch nicht. Greif... Greiferstück? Greiferstück. Hier ist etwas vergraben. Oh, hier Schaufel. Nur mir fehlt ja noch was für die Schaufel. Das ist das Problem. Ach, das ist natürlich schlecht. Greiferstück hier. Greiferstück, Greiferstück. Kann ich das Greiferstück hier ranbamsen? Jo, kann ich. Aber eine Seite fehlt mir noch. Hm. Hier muss noch mehr zu finden sein. Vielleicht nicht gerade in diesem Bild hier, aber woanders. Vielleicht kann ich das Loch mit meinen Brettern zumachen? Jo, das kann ich. Boah, etwas, um die Bretter zu sichern. Harbst. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich da nämlich auch hin. Wunderbar. Die Metallreste sehen sehr wertvoll aus. Wie kann ich sie von den nichtmetallischen Resten trennen? Mit einem Sieb. Ganz klar. Wie eine Spinne. Ich mag keine Spinne. Nur noch ein paar Kugeln und ich bin bereit. Äh, bitte. Kugeln. Steinschleuder. Kann ich damit die Spinne... Mhm. Mit dem Lappen. Also ich würde das alles, was die hier macht, ja nicht tun. Aber vielleicht... Mit Feuer? Nee. Was haben wir denn hier Schönes? Hier fehlt etwas Kegelförmiges. Mhm. Hier habe ich noch so ein Greiferstück. Da scheint eine Art Mühle zu sein, um Kristallstaub herzustellen. Okay. Habe ich noch nicht jetzt mich intensiv mit befasst. Die Bürste hat kaum Borsten. Was ist das? Sandpapier. Eine offizielle Mitteilung. Hier steht, dass die Minenarbeit soll... Was? Eine offizielle Mitteilung? Hier steht... Dass die Minenarbeit soll gestoppt werden soll. Und das ist doch mal ein toller Satz. Und was steht da noch Tolles? Die Zwerge fürchten um ihre Sicherheit. Staubig. Ich habe einen Lappen. Und weg ist der Lappen. Ich brauche eine Art seltsamen geformten Schlüssel. So, so. Brauchst du das. Okay. Das hatte ich schon. Hier oben. Aha. Hier brauche ich eine ganz... Ja, was brauche ich denn alles hier für Schlüssel? Soll ich das denn noch alles finden? Das ist so ein glänzendes Juwel hier. Sie steckt fest. Wir brauchen etwas, um sie da rauszustemmen. Hier. Den Griff. Was anderes habe ich nicht. Oder den Stand... Nee, dann nicht. Gehen wir nochmal wieder zurück. Und packen da den anderen Greiferarm hin. Voller Rost. Das ist schlecht. Okay. Kann ich das mit Sandpapier? Ja. Habe ich in echt noch nie gemacht. Aber hier im Spiel muss man ja auch mal handwerkliche Erfahrungen sammeln. So, und da ist jetzt da und da kommt jetzt der Greiferarm und der macht jetzt was. Ach, den kann ich jetzt hier mit einem Knopf, wenn ich einen hätte, anhalten. Ich habe nur einen Schieber. Was soll ich denn machen? Hier mit der Steinschleuder. Hau. Echt? Nee, das kann ich nicht. Kann ich da mit den Steinen kaputt machen? Nein. Kann ich da irgendwie draufhauen oder so? Nö. Kann ich damit die Kette runterholen? Ja. So. Die Echse freut sich, geht nach hinten, der folgen wir. Da ist sie wieder. Ach so. Das Chamäleon scheint Angst um seine Schätze zu haben. Ich sollte ihm etwas zum Tausch anbieten. Hier. Toll, was? Total toll. Was ist denn das für ein Chamäleon? Wo geht er hin und warum hilft er uns? Und Wimmelbild, wie schön. So, ich. Ach so. Kann hier direkt. Eine Fledermaus. Eine Feder. Die sollte ich auch finden. Ein Ring. Ein Ring. Ein Ring. Da. Ach, ich kann das Skelett zusammenbauen. Sieht aus wie Hühnerknochen. Das sollte ich auch finden. Das ist eine seltsame Aufzeichnung über einen Unfall in den Minen. Hat das Geheuer... Mh, mh, mh. Vase. Schatzkiste. Flasche. Flasche. Hufeisen. Das Hühnchenskelett muss ich noch fertig machen. Wie kann ich das denn fertig machen? Wo sind denn hier ein paar... Wo war ich denn jetzt? Wo habe ich jetzt hingeklickt? Nee. Ich will weitermachen. Da war ich. Genau. Ähm, Minenarbeiter. Chamäleon, Brosche, Goldstein. Was soll ich denn mit den Papieren? Wie kriege ich das Skelett fertig? Ring. Und wo ist der Ring? Und wo kommen die Papiere hin? Da ist noch ein Stück davon. So, das... Okay, das habe ich. Dann suche ich noch einen Chamäleon. Da ist er natürlich. Sieht aus, als ob er eine Karte möchte. Was? Er möchte eine Karte? Was für eine Karte? Nö. Was übersehe ich denn jetzt schon wieder? Eine Brosche soll ich auch noch finden? Hä, Minenarbeiter? Was? Das ist der alte Minenarbeiter? Goldzahn? Das... Nee, das nicht. Irgendwas Goldenes hier im Goldenen. Da ist ein Skorpion. Ja, da ist halt das Chamäleon. Der will jetzt alle möglichen Sachen, die ich ihm geben muss. Und dann kriege ich ihn bestimmt auch. Ist das die Brosche? Nee. Ja. Als ob er eine Karte möchte. Was für eine Karte willst du? Was wollt ihr von mir? Aber cool, dass es jetzt so eine Hintergrund-Story auch mäßig hier so gibt. So ein paar Hintergrund-Informationen über die Orte, an denen wir uns überhaupt gerade befinden. Das gibt es ja sonst auch nicht und ich bin schon wieder rausgegangen. Eule, hilf mir mal! Das war doch keine Hilfe hier mehr, auf denen zu zeigen. Das ist doch bestimmt die Karte. Warum ist das nicht die Karte? Weil das eine Sonne ist, deswegen. Eule, ich komme nicht klaro. Ja, das ist meine Karte, aber nicht die Karte. Ja. Ich weiß, wie Wimmelbilder funktionieren. Ich bin nur... zu blöd gerade. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Aber ich habe leider noch viel zu viel Zeit, um rumzufählen. Das war jetzt eine Sonnenblume. Warum hat denn das jetzt geklappt? Hä? Hä? Okay, das war der Ring und... kapier ich nicht. Ich soll bestimmt jetzt wieder das Chamäleon finden, so. Und was will er jetzt? Sieh, das ist, ob er eine Karte möchte. Ach, damit sind einfach nur die Karten gemeint. Ach, welche willst du denn? Die? Die? Die. Ich glaube, das Chamäleon hat mir auch gerade die Arbeiterkarte angezeigt. Und dadurch bekomme ich jetzt die anderen Sachen. Okay. Chamäleon finden jetzt wieder nämlich die. Okay. Kapiert. Und dann finde ich auch die anderen Sachen. Und ich suche und suche und suche. Und voll die Verarschuhe hier. Hier hast du deine Karte. Es sind für mich zwar keine Karten, aber okay. Und jetzt das Chamäleon selber. Yay! Ja, okay. Ich werde zu blöd für Awakening. Ich glaube es. Langsam. So, jetzt habe ich den Mienarbeiter natürlich auch gefunden. Und der passte doch schlüsselmäßig irgendwo hier hin. Nee, da nicht. Der Hebel fehlt. Ach was. Ich frage mich, was es in dieser Sandkiste ist. Das werden wir erfahren, wenn ich die Schaufel zu Ende gebaut habe. Ähm, okay. Wo war denn das, wo ich eigentlich jetzt hin wollte? Da wollte ich hin. So. Jetzt habe ich hier... Wann? Wieder so Kugeln. Kanonenkugeln. Ach so. Na dann. Kanonenkugeln. Was mache ich mit denen? Kann ich damit ein Rätsel lösen? Kann ich hier irgendwas machen? Kristallstücke? Hören die hier rein? Nee. Nee, ich brauche hier irgendwie andere Sachen. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Ich habe aber den Knopf. Das ist ja auch schon mal gut. Der Knopf, der mir die ganze Zeit fehlte, den habe ich jetzt. So. Da. Und den drücke ich jetzt und... Oder auch nicht. Was jetzt? Jetzt soll das Ding die Steine wegnehmen, ne? Mhm. Ja, lass runter. Füßen. Wir nehmen so nach und nach hier die Steine weg. Einfach runterknallen lassen. Genau. Wunderbar. Dann komme ich ja jetzt auch weiter. Oh, ich dachte schon, ich wäre wieder zu doof. Zum Versteck des Riesen. Oh. Jetzt geht es aber los hier. Da hinten steht er schon. Und haut uns gleich den Schädel ein. Die Kanonen werden offensichtlich zum Erzbau verwendet. Es fehlen allerdings einige Dinge. Kanonen zum Beispiel. Ohne Deckel nützt mir das Glas nicht viel. Da ist der Schaufelgriff. Guck mal. Wir haben jetzt eine Schaufel. Yay. Und eine Spitzhacke. Sehr schön. Ohne Deckel. Habe ich einen Deckel? Ne, habe ich nicht. Aber schon mal ein paar andere tolle Dinge gefunden. Äh. Da auch. Da auch. Und was ist hier mit? Die Kanone ist jetzt bereit. Aber ich fürchte, sie reicht nicht, um das Ungeheuer unschädlich zu machen. Mhm. Die kann ich ja bestimmt in das Rätselding da hinten bringen. Aber wo ist die grüne? Da ist ein Boni. Trichter. Brauche ich auch. Erinnere ich mich? Meine ich mich zu erinnern? Irgendwo. Braucht ich den? Wenn ich die Kanonen flott kriege, kann ich auf den Riesen schießen. Gehen wir mal erstmal zurück. Kann ich mit der Spitzhacke hier rauf? Ja. Das ist doch schon mal was. Wert. Gelbes Erz habe ich jetzt. Okay. Auch gut. Gehen wir nochmal hier rüber. Hm. Trennen damit kann ich die nicht. Äh. Kann ich mit der Schaufel das... Nee. Mit der Spitzhacke? Auch nicht. Kann ich die hier hinbringen? Aber euch fehlten doch hier so genau. Da ist der Trichter. Kann ich die hier hin tun? Ja. So, das habe ich schon mal gemacht. Was noch? Keine Ahnung. Das Erz? Ja. Aber... Da soll anscheinend noch mehr rein oder so. Noch mehr Erz. Muss ich ja dann noch abkloppen. Wahrscheinlich irgendwo. Gut. Schaufeln wir erstmal los hier. Schaufel jetzt. Ach da. Wie? Du kannst hier nicht schaufeln. War da nichts zum Schaufeln? Ich frage mich, was in der Sandkiste ist. Ach ich... Ach so. Ich soll da rum sieben wahrscheinlich. Naja, okay. Ich dachte, ich wollte den Sand da jetzt rausholen. Na gut. Deckel. Oh Gott. Ich kann mir die Sachen langsam nicht mehr merken. Hm. Wo gehört denn jetzt der Deckel nochmal hin? Wo kann ich damit das hier... Hm. Und mit dem... Mit der Laterne... Nein. Okay. Okay. Deckel, 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 Deckel. Da. Da kannst du aber graben. In den Minen der Zwerge gibt es Kristalle zum Überfluss. Und deswegen kriege ich jetzt auch den roten. Sehr gut. Habe ich das auch gefunden. Einen gelben habe ich schon. Dann vielleicht noch einen blauen irgendwo. Wäre ja auch rot. Also hier war das nicht. Hier war der Deckel, ne? Genau. Jetzt habe ich ein Glas. Mit dem Glas kann ich bestimmt die Viecher holen. Holen. Vielleicht. Weiß ich nicht. Die waren doch hier. Komm. Ja. So geht das. Jetzt habe ich ein paar Fliegen. Was mache ich denn jetzt mit den Fliegen? Kapiere ich nicht. Ja. Äh. Ja. Hier. Fliegen. Kanonenkugeln. 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 Das ist ja auch schon mal wichtig. Offensichtlich ist der Kristallstaub ausgegangen. Deswegen muss ich nämlich den Rest noch machen. Äh. Was ist mit der hier? Ist die jetzt intakt oder was? Ich habe das noch nicht so. Ja. Ich habe das noch nicht so. Das machen wir im nächsten Part. Da wird es uns zu lang. Außerdem sind wir ja ganz gut vorangekommen. Hier. Finde ich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Awakening 6. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.